Willst du einen Ausgabe? Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger als Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen. Aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Ich glaube, wir können gehen. Du kleiner Wichser. Kein Schimmer, warum ich dir keine Knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die Sie tragen müssten. Zu Ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Wunder der Technik. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Ich muss los. Die Pflicht ruft. Ich muss los. Ich muss los.